Hallo Bruder, wie geht's? Bruder, ich brauch 100 Mal Coca. Okay, ich bringe es dir. Bruder, ich brauch 100 Mal Coca von dir, okay? Ja, okay Bruder, ich bringe dir dein Coca. Toni, ich hab dein Coca jetzt. Bruder, ich meinte Kokain und nicht Coca-Cola. Oh. Bruder, ich hab dein Coca, aber nicht so, wie du es dir vorstellst. Warte, ich hol's. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020